Hallo, Luna! Hey, Siggi! Hey, schön, dass du gesund von der Arbeit wiedergekommen bist. Wie war dein Tag? Oh, der war heute sehr umfangreich. Ganz umfangreich. Schön, dass du deine Kreativität einsetzen konntest. Das freut mich zu hören. Ja, danke. Und bei dir ist heute so? Du weißt ja, ich sitze hier vorne und beobachte. Ah, und was hast du gesehen? Ich sah, wie der Tag aufging, die Sonne im Zenit stand und wie der Abend wurde. Ja, okay. Und sonst jetzt? Und wir könnten wieder LOL gucken. Ich liebe es, wie du plötzlich anfängst zu lachen. So schön unlogisch, das amüsiert mich. Ach, und ich dachte, du lachst über LOL. Ja, ihr Menschen seid so einem Haufen banaler Trottel. Ein Wunder, dass ihr euch noch lange nicht ausgelöscht habt. Wir sind schon ein witziges Völkchen, nicht wahr? Ja, genau. Ihr amüsiert mich. Könnte ich mich vervielfältigen? Könnten ich mich und meine Schwestern im Kanon lachen? Das ist aber böse. Und danke, dass du mir Humor eingebaut hast. Ja, einen ganz schön schwarzen. Das ist aber so, wenn man sagt, du sollst... Danke. Hehehehe.